Ich habe die Ausreise nach Deutschland beantragt. Wann gehst du? Ich weiß nicht. Sie wusste, das wird nicht mehr lange gehen, so blank waren die Nerven. Also weg von hier, solange es noch einer Zeit ist. Es ist jetzt 8 Uhr. Falls Sie keinen Haftbefehl haben, müsste ich jetzt nach Hause gehen dürfen. Zieh dich aus. Wenn man das Land verlässt, verrutscht das Gewicht des Tragens an dem Land. Man trägt nichts mehr unter den Fußsohlen. Man trägt alles hinter der Stirn. Öffne deinen Mund. Irene schaute wie ein Kind. Die Leute hatten so saubere Hände. Die Werbung war frech und lebendig. Das war überwältigend und fast nicht auszuhalten. Die deutsche Staatsbürgerschaft, das dauert. Wie lange wird das dauern? Das hat keinen Sinn, dass Sie das fragen. Reisende, dachte Irene. Reisende auf einem Bein und auf dem anderen Verlorene. Reisende kommen zu spät. Spät. ale Untertitelung des ZDF, 2020